Heute ist mein Gast Lisa Mittenbrein zum Thema Europa im Umbruch. Ich weiß ja ein bisschen was über dich. Du hast dich auf der WU studiert. Du hast dann in diversen Projekten gearbeitet, auch in der Grünen Bildungswerkstatt. Und jetzt bist du bei ATAK für Finanzmarkt zuständig, Referentin, Fachfrau. Was ich nicht weiß und was mich interessieren würde zum Einstieg, du bist ein sehr politischer Mensch. Wie bist du politisiert worden? Du hast dann auf der WU studiert und wollte immer Politik machen und wollte immer politisch aktiv werden. Und habe nie was gefunden, wo es für mich gepasst hat. Also ich sage im Nachhinein, mich hätte wahrscheinlich mit 15 irgendeine Jugendorganisation in der Schule abgreifen können. Ich wäre sofort dabei gewesen. Aber mir ist ja noch nie jemand begegnet. Und Unipolitik fand ich immer ein bisschen begrenzt. Ich wollte immer mehr machen als Bildungspolitik. Und als dann die Finanzkrise so richtig ausgebrochen ist, habe ich angefangen, ganz viel auf ATAK-Veranstaltungen zu gehen. Bin dann auf die Sommerakademie gefahren und habe sofort gewusst, da bleibe ich der Kircheherr. Und dann irgendwann hast du dich begonnen, für Griechenland zu interessieren. Wann war das? Was war da der Anstoß? Und wie schaut es heute aus? Also ich habe dann meine Diplomarbeit über solidarische Ökonomie in der griechischen Krise geschrieben. Habe aber dann sofort auch angefangen, verstärkt politisch dazu zu arbeiten im Rahmen von ATAK. War auf verschiedenen Solidaritätsreisen und Delegationen. Und habe angefangen, Aktivisten und Aktivistinnen aus ganz unterschiedlichen Teilen, sozusagen die griechischen Linken oder sozialen Bewegungen kennenzulernen. Und habe dann parallel hier angefangen zu versuchen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und Wissen zu schaffen darüber, was in Griechenland eigentlich los ist. Und wenn du dich zurückerinnerst, wie da vor eineinhalb Jahren dann Zipras die Wahl gewonnen hat, Syriza, was waren denn da so deine Hoffnungen, auch wenn das schon lange her ist und jetzt ganz anders ist? Also wir hatten im Vorfeld der Wahlen sehr, sehr große Hoffnungen. In dieser wirklich desaströsen politischen Situation in Europa hat das so ausgeschaut, es wäre die größte Chance, die wir haben, da sozusagen einen Bruch reinzuhauen in dieses neoliberale Regime und da wirklich sozusagen einen Kurswechsel einzuleiten und ausgehend von Griechenland eine völlig neue Debatte anzustoßen. Konkret war meine Hoffnung, dass eine Syriza-Regierung in Griechenland wirklich sozusagen das macht, was sie gesagt haben, nämlich das Memorandum zerreißen, das Memorandum, der Vertrag mit den EU-Ländern, mit den anderen und dem IWF und der Europäischen Zentralbank, in dem drin steht, welche Kürzungspolitik umgesetzt werden muss, die halt das Land in Armut gestützt hat, dass das sozusagen entweder symbolisch zerrissen wird oder dass sozusagen ganz klar gesagt wird, okay, so geht es nicht weiter. Dafür haben die Menschen Syriza ja auch gewählt. Und dass sozusagen davon ausgehend auch die Menschen in anderen Teilen in Europa auf die Idee kommen, hey, es kann ja eigentlich auch anders gehen. Und diese Ansteckungsgefahr, wenn man es so nennen will, dass das möglicherweise ein Beispiel hätte sein können für Bewegungen und für Linke in anderen Ländern, das war dann im Endeffekt der Grund, warum sie so, ich sage, gecrushed, wollte ich jetzt sagen, aber warum sozusagen die europäischen Eliten die griechische Regierung dann so hart unterworfen haben. Weil das hat man nicht zulassen können. Du warst ja jetzt wieder in Griechenland. Wie schaut es denn jetzt aus? Das eine, was man sagen muss, ist, dass die sozialen Bewegungen, die Leute, die ganz stark Syriza gestützt haben, die ja nicht alle aus der Partei kommen, aber da hat sich ja wirklich ein gesellschaftliches Bündnis sozusagen hinter dieses Regierungsprojekt gestellt, das eigentlich beispielhaft ist von Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Kontexten. Die Enttäuschung ist riesig, die Hoffnungslosigkeit ist wieder da, sie ist noch größer als vor 2015, als sozusagen in den Jahren davor, weil das Einzige, was man als Chance gesehen hat, gescheitert ist. Und die Leute und auch Leute, die viel politische Erfahrung haben, sehen gerade keine Perspektive. Also es gibt ja nach wie vor immer noch diese 30, 35, fast 40 Prozent der Bevölkerung, die im Jänner vor eineinhalb Jahren Syriza gewählt haben und die über 60 Prozent, die Nein zu der Fortsetzung der Kürzungspolitik im Referendum gesagt hat, die gibt es ja nach wie vor. Aber es gibt die politische Ausdruckskraft nicht mehr. Es gibt keine Bewegung, keine Partei, keine Organisation, die diesen Widerstand so bündelt, wie das Syriza in den Jahren davor geschafft hat. Und was man auch sagen muss, ist, dass die Partei in der Form eigentlich nicht mehr die ist, die sie vorher war, die ist zerfallen. Konkret, erstaunlicherweise, was hier wenige wissen, nicht mit der Kapitulation von Zipras im Juli, wo er gesagt hat, okay, wir machen ein drittes Programm, wir machen die Fortsetzung der Kürzungspolitik. Kann man dann vielleicht nachher auch was dazu sagen, die ist nämlich genauso schlimm wie in den Jahren davor, sondern erst im August letzten Jahres, aus einem innerparteilichen Konflikt heraus, weil nämlich es einen Beschluss gab des Zentralkomitees von Syriza, die haben ja noch diese relativ traditionellen Bezeichnungen in ihren Parteiorganen, dass man einen Parteitag macht im September und sich strategisch neu aufstellt, umstellt. Sozusagen viele aus den linken Flügeln haben gehofft, dass man dann wirklich auf einen Bruch hin orientiert und sagt, man ist auch bereit auszutreten. Und dann macht man Neuwahlen. Und sozusagen die mächtigste Gruppe rund um Zipras wollte das nicht. Und dann hat Zipras im August letzten Jahres durch seinen Rücktritt Neuwahlen provoziert. Das ist durch den Rücktritt des Bundeskanzlers, ist das so, in Griechenland. Und hat sich damit offensichtlich hinweggesetzt über den Willen der Partei. Und dann ist das Ding zerfallen. Also man sagt, ungefähr ein Drittel der Mitglieder, die Hälfte der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Parteiapparaten auf den diversen Ebenen sind sozusagen rausgegangen. Die Jugendorganisation gibt es de facto nicht mehr. Also das Projekt ist eigentlich zerfallen. Das Projekt ist in Griechenland zerfallen. Wie schaut es in den anderen südeuropäischen Ländern aus? Gibt es da Anlass zur Hoffnung am einen oder anderen Ort? Es gibt natürlich spannende Entwicklungen, aber nicht in dem Ausmaß, dass wirklich eine Linke mit so einem klaren Projekt, wie es das eigentlich war bei Syriza, an der Machtergreifung steht. Also sowas haben wir nicht in einem anderen Land. Wir haben spannende Situationen in einigen der anderen Ländern, die am stärksten von der Krise getroffen waren. Am bekanntesten ist nämlich Spanien mit Podemos, der neuen Linkspartei, mit Pablo Iglesias und sozusagen dieser Kick von Politikwissenschaftler und Politikwissenschaftlerinnen, die diese linke Populismus-Debatte angestoßen haben und diese erfolgreich nach den Europaparlamentswahlen 2014 sich zur parlamentarischen Ausdrucksform des Widerstands auch gemacht haben. Auch wenn Podemos nicht eine Bewegungspartei ist oder sowas, sondern er es einfach sehr gut geschafft hat, das zu kanalisieren. Das ist eine Wahlpartei. Die stehen aber an, an einer Schwelle. Also es gab ja jetzt zweimal Wahlen in Spanien. Immer noch konnte keine Regierung gebildet werden. Es schaut so aus, als würde noch einmal gewählt werden im Dezember. Da soll man denken, nur wir haben solche Probleme. Spannend ist Portugal. In Portugal gibt es seit einem Jahr eine von der Sozialdemokratie geführte Regierung, die eine Minderheitsregierung ist und die gestützt wird von zwei linken Parteien. Der traditionellen kommunistischen Partei, der BGP, die auch sozusagen die Partei aus der Nelken-Revolution ist, die man vielleicht von damals kennt, und dem Linksblock, einer Linkspartei, die eher eine Bewegungspartei ist, die rund um die 2000er Jahre entstanden ist. Und das ist ein spannendes Modell, weil das ist eben eine sozialdemokratische Partei, die von zwei linken Parteien geduldet wird. Und die haben das sehr bewusst so gemacht. Ich kenne besonders eher die Leute vom Linksblock, um zu versuchen, da sozusagen Akzente zu setzen und so in bestimmte Forderungen durchzusetzen, aber nicht reingezogen zu werden in einer Koalition und so viele Dinge mitbeschließen zu müssen, für die man nicht steht. Das ist ein spannendes Beispiel, aber Portugal gerät immer mehr in Konflikt mit der Europäischen Kommission, weil die portugiesische Regierung zwar nicht so auf Konfrontation geht mit den europäischen Eliten, wie Griechenland das gemacht hat, aber doch versuchen, innerhalb des Rahmens sozusagen das progressivstmögliche umzusetzen. Jetzt wollen sie gerade sozusagen eine Grundsteuer auf sozusagen Grundstücke mit hohem Wert einführen, was ja ziemlich progressiv ist. Und da gibt es aber sozusagen immer wieder eins auf den Deckel, es muss mehr Einsparungen geben und so weiter vonseiten der Europäischen Kommission. Und ökonomisch ist das sehr prekär, weil es sein kann, dass Portugal wieder Probleme bekommt, sich zu finanzieren auf den Märkten und dann müssen sie wieder zurück zum sogenannten Rettungsschirm. Was man nicht so kennt, vielleicht zeige ich dazu noch ein bisschen, was ist Irland, weil Irland ja auch ein sogenanntes Rettungspaket hatte und Irland hatte die größte Bankenrettung in der Geschichte der Welt. Im Ausmaß, also im Verhältnis der Wirtschaftsleistung war das enorm groß und da habe ich auch eine persönliche Geschichte, weil ich war im 2014, muss es gewesen sein, im Sommer, fünf Wochen in Irland und ich bin dort in den linken Buchladen in Dublin gegangen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon da bin, möchte ich mich gerne mit der irischen Krise beschäftigen. Und da sagen alle, ja, gehen den linken Buchladen. Und dann war ich da und habe herumgesucht und habe nichts gefunden und habe diesen netten Herrn dort gefragt, was sie denn haben zur irischen Krise. Weil man denkt sich ja auf Englisch, da kann ich je alles lesen. Zur Krise, nein, da haben wir eigentlich keine Literatur. Da hat er mir ein Flugblatt von der sozialistischen Partei gegeben und ich war relativ enttäuscht. Und das war ein bisschen so die Stimmung in Irland, dass es relativ lang die Bearbeitung eigentlich nicht wirklich gab. Bis dann letztes Jahr die irische Regierung beschlossen hat, das Wasser teilzuprivatisieren und eine Wasserabgabe einzuführen, die ziemlich hoch ist, die auf so 300 Euro im Jahr für eine Familie gekommen wäre. Und dann hat es plötzlich geknallt und die Leute sind zu 10.000 auf die Straße gegangen, was sehr ungewöhnlich ist in Irland, und haben begonnen in den Nachbarschaften, vor allem in den alten Arbeiterinnenvierteln, in zivilen Ungehorsam Widerstand gegen die Installation von diesen Messgeräten zu leisten. Und da gibt es so Videos auf YouTube, wo halt wirklich die Leute, die da wohnen, eine Barrikade errichten, um diese Firma daran zu hindern, dass sie das einrichten. Es gibt Videos auf YouTube mit 60.000 Views, wie man mit Beton aus dem Baumarkt das kaputt machen kann. Und man hat geschätzt, dass mit Ende letzten Jahres 40 Prozent der Haushalte diese Abgabe nicht gezahlt haben. Also auch noch keine wirkliche Reorganisierung des politischen Systems, aber doch sehr viel Widerstand eigentlich inzwischen. Da ist der Brexit passiert, da gibt es in Osteuropa mit Orban, Kaczynski in Polen ganz besorgniserregende Entwicklungen. Und dann gibt es eine Europäische Kommission, die versucht, auf diese Krise zu reagieren. Und der Herr Juncker hat ja gestern auch eine Rede gehalten. Wie dieses komplexe europäische Gebilde sich jetzt darstellt, wie würdest du diesen Umbruch benennen? Gibt es Chancen, was sind die Gefahren? Was sind die Gefahren? Fällt die Europäische? Genau, warum sagen Sie? Alles. Genau. Alles zur Lage der EU. Ich fange einmal an an einer Ecke und dann schauen wir, wo es uns hinführt. Nämlich habe ich mir gestern diese Rede vom Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker angeschaut, die er live gestreamt hat im Internet. Und sowas ist immer sehr lehrreich, weil da in den Worten und in der Dynamik, wie gesprochen, wird sich sehr viel abzeichnen. Und wenig überraschend hat mich das sehr böse gemacht. Das macht mich immer sehr böse, aber das ist auch gut, weil daraus zieht dann wieder viel Energie für die politische Arbeit. Und ich fand es ganz spannend, weil was er gemacht hat, war zu sagen, okay, die EU befindet sich in einer tiefen Krise, so weit würden wir noch zustimmen. Und dann ging es weiter mit, die Leute haben genug von dem institutionellen HICAK, die nationalen Regierungen gegen die Kommission, die Kommission gegen das Parlament. Und es wird einfach nicht gut genug erklärt, wofür die Europäische Union steht. Also das ist eine Fehldiagnose von einem besonderen Ausmaß, würde ich sagen, in so einer tiefen wirtschaftlichen Krise mit Massenarbeitslosigkeit und Armut in ganz Europa. Und Leuten, die sozusagen zu Recht wirklich wütend sind über die Kürzungspolitik, zu sagen, die Leute haben genug vom institutionellen HICAK und man muss es nur besser erklären, es hat mehr als zynisch. Der Schwerpunkt der Rede von Juncker, und das sagt sehr viel aus, war, dass es jetzt mehr in Richtung gemeinsame europäische Verteidigungspolitik gehen muss. Und er knüpft dann was an, was wir auch schon aus Deutschland und Frankreich gehört haben und was im nächsten Monat viel diskutiert werden wird, nämlich verstärkte europäische militärische Zusammenarbeit, einen europäischen Hauptsitz für die militärische Kooperation, wahrscheinlich irgendwo in Deutschland oder in Frankreich oder dazwischen, mehr Battlegroups und eigene Fonds zur Förderung der Forschung der Rüstungsindustrie. Und das ist sozusagen nur jetzt mal die Oberfläche, das was man öffentlich sagt, aber das ist kein Zufall, dass das jetzt kommt. Warum? Meine These wäre die, die Krise der Europäischen Union ist so tief und sie ist so eng verbunden mit dem neoliberalen Projekt, dass die einzige wirkliche Antwort darauf wäre, sozusagen das neoliberale Projekt zu ändern. Das ist natürlich nicht möglich für die europäischen Eliten. Das halte ich auch, also ich halte das tatsächlich für unmöglich, dass es innerhalb der Europäischen Union jemals passieren wird. Das ist dann vielleicht eine Frage für die Diskussion. Und deswegen sozusagen muss man Integration jetzt über eine andere Schiene verstärken. Und das versucht man jetzt über die Außen- und Sicherheitspolitik. Und ich würde mal vermuten, dass das eine sehr autoritäre Form der zunehmenden Integration sein wird. Also ich glaube nicht, dass wir alle darüber abstimmen dürfen, ob wir jetzt diese Dinge wollen. Und dass damit sozusagen ein weiterer Entmachtungsschritt auch der nationalen Parlamente einhergehen wird. Also ich würde sagen, die tiefe Krise oder die europäischen Eliten versuchen, diese tiefe Krise unter anderem damit zu bearbeiten, dass sie jetzt da sozusagen die militärische und die Verteidigungsdimension anziehen. Das ist ja eine der Thesen, dass dieser Neoliberalismus so viele Probleme hervorruft, dass es dazu führt, dass Europa autoritärer wird. Jetzt gibt es aber eigentlich, hat man den Eindruck, zwei autoritäre Modelle. Zum einen dieses neoliberale Wirtschaftsmodell und auf der anderen Seite, vor allem in Osteuropa, aber auch in anderen rechten Parteien, Le Pen, FPÖ, so ein eher völkisch-autoritäres. Hast du da, ist eine Einschätzung, Konflikt, ist da ein starker Konflikt zwischen diesen zwei Modellen? Wäre es auch möglich, dass es einen völkischen Neoliberalismus gibt? Ich finde das ganz spannend, weil da tatsächlich das lange ein Konflikt war und das sind erstaunliche Positionen zum Teil. Also wenn man sich anschaut, was Orbán macht, sozusagen so eine völkische Rechte mit einem antikapitalistischen Diskurs, natürlich sagen vor allem die ausländischen Kapitalisten, aber sozusagen doch, aber nicht grundsätzlich gegen die EU. Also Orbán und sozusagen auch das polnische Modell und einige von den Alliierten in Osteuropa, die wollen nicht austreten, sondern die wollen die EU sozusagen gern beschränken in manchen Teilen, die wollen diese militärische Kooperation, die wollen die gemeinsamen Außengrenzen, aber die haben schon ein europäisches Projekt und das ist gefährlich, weil im Verhältnis zum Beispiel vor zehn Jahren, da hatten die europäischen Rechtsparteien kein europäisches Projekt. Ich glaube, dass die Gefahr, dass sich das verbündet, dass sich diese verschiedenen Formen der europäischen Rechten verbünden, ist sehr, sehr groß und wir sehen, wie das ausschauen kann im Rahmen der Brexit-Debatte. Also bei der Kampagne für den Austritt gab es eine Allianz aus den ganz rechten, rechtsextremen, zutiefst rassistischen Teilen der britischen Rechten und Teilen der sozusagen traditionell unternehmensorientierten, zum Teil auch der neoliberalen Rechten. Dann gab es auch die, die das Green bleiben wollten, aber da gab es einen Bruch innerhalb dessen, so wie es eben den Bruch innerhalb der Tories, der Konstantin-Vartei, gab und die sind eine Allianz eingegangen und jetzt, wo der Brexit wirklich kommen wird, würde ich mal annehmen, dass diese Allianz sich stabilisiert. Und das ist ein Modell, das ist ein Modell, das gefährlich ist, weil es denen gelingt, über den Rassismus, über die Frage der Migration, soziale Probleme zu verdenken und dann parallel eine harte neoliberale Politik zu machen. Also der britische Finanzminister hat schon angekündigt, die Körperschaftssteuer muss fallen, die Unternehmen müssen weniger Steuern zahlen als in den unabhängigen Großbritannien. Also da passt es irgendwie wieder doch ganz gut zusammen. Ich meine, es war ja im Bundespräsidentschaftswahlkampf interessant, wie polarisierend und emotionalisierend dieser Wahlkampf war. Vor dem Hintergrund unseres Gesprächs ist es aber natürlich schwierig, weil eine der ganz wenigen Drucklinien war definitiv die pro Europa, gegen Europa. Mit einem sehr hohen Emotionalisierungsgrad, weil pro Europa dann geheißen hat, weltoffen Menschenrechte für alle und mit diesem anti-europäischen, die man ein Stück weit dieser völkische Mief mitgeschwungen hat. Darum die Frage, wie man sich aus dem rauswinden kann, auch wissend, dass Politik, was mit Emotionen zu tun hat. Und auch dieser Wahlkampf im Dezember jetzt, November, ganz sicher wieder stark diese Europa dafür, dagegen, Geschwister haben wird. Also ich verstehe natürlich, warum das im Wahlkampf so eine Rolle spielt und ich verstehe auch, warum die Van der Bellen Kampagne das so macht. Auch wenn ich das nicht so teile und mit diesem Europa-Bild überhaupt gar nichts anfangen kann. Also da wird ein Bild erzeugt, ein unglaublich romantisches Europa-Bild, das wenig mit der Realität zu tun hat, wenig je zu tun hatte und unglaublich ausschließend ist. Also ganz viele, das ist lustig, weil man will eigentlich einschließend sein, aber ganz viele Menschen erleben das als ausschließend, aus mehreren Gründen. Ich würde sagen, einerseits, weil diese Art von Europa-Debatte und Bild ganz klar als Elitenprojekt wahrgenommen wird. Für meine Generation oder sozusagen Leute wie mich, die Studienaustausch gemacht haben, die können damit was anfangen. Aber für viele andere Leute sozusagen ist das was sehr, sehr Abgehobenes. Und auf der anderen Seite wird dieses europäisch, dieser Begriff des europäischen und der europäischen Werte auch als Abgrenzung gegenüber Migranten und Migrantinnen und insbesondere gegenüber Musliminnen verwendet. Und für die ist ein solcher Europa-Diskurs immer, da schwingt sozusagen immer mit, das ist etwas, von dem ich nicht ein Teil bin. Und das wird da ein bisschen mitreproduziert. Das tut man nicht mit Absicht, aber das wird sehr, also ich höre das jetzt in sehr vielen Gesprächen, sehr stark so erlebt. Wie man da rauskommt, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, man wird in diesem Bundespräsidentschaftswahlkampf da nicht rauskommen. Wie gesagt, ich verstehe auch, warum man das so macht. Aber aus einer Perspektive von einer Linken oder einer sozialen Bewegung, dann braucht man, glaube ich, eine scharfe Kritik auch von diesem Europa-Bilden. Wir können ja aus dem Zweiergespräch, zumindest ein Dreiergespräch machen. Ich würde gerade zu diesem Europa-Bilden sagen, ja, und ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, zum einen zwischen EU und Europa zu unterscheiden. Und ich glaube, dass es unter anderem deswegen auch so emotional aufgeladen war. Und das, glaube ich, könnte man ja durchführen. Was mir tatsächlich wirklich fehlt, also wenn ich da mal so angehört habe, wie du das siehst, wie ein Tag das sieht, ist einfach eine Visionslosigkeit. Das heißt, ich persönlich glaube das nicht, dass ihr visionslos seid, aber es kommt so herüber, dass da ist ein großes Problem, da ist ein großes Problem, das stimmt ja alles. Aber wenn wir irgendetwas an diesem neoliberalen Europa ändern wollen, dann braucht es eine relativ große Vision, in was für eine Richtung das geht. Und wir müssen dann nicht über Lösungen diskutieren, sondern wie schaut denn diese gemeinsame Vision, das kann bis zu den Sozialdemokraten gehen, vielleicht auch woanders hin, aber das, die werden wir einfach brauchen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, die machen das und das und wir wollen aber das, sondern was ist die gemeinsame Vision? Ich finde das spannend, weil ich höre das ganz viel mit der Vision und auch mit der negativen Analyse. Und das ist etwas sehr Persönliches, was ich jetzt sage, aber das ist, ich bin gerade politisch an einem Punkt und damit bin ich nicht allein, damit ist es wieder nicht mehr so persönlich. Das geht ganz viel in den sozialen Bewegungen in der EU gerade so, dass sozusagen unsere alte politische Strategie gescheitert ist. Also das, was sie versucht hat, das würde ich wirklich sagen, das ist relativ genau das, was viele sozusagen im Attakumfeld in ganz Europa lange wollen. Und das ist gescheitert. Und jetzt befinden wir uns in einem Moment der Verwirrung, der Enttäuschung und der Neuorientierung. Und alles, was jetzt schnelle Antworten sind, alle, die jetzt kommen und mir jetzt sagen, jetzt muss man austreten, jetzt muss man das machen, jetzt muss man einen Konvent machen, das nützt mir alles nichts, weil meine Verunsicherung so fundamental ist. Und damit bin ich nicht allein. Inhaltlich wünsche ich mir auch die große Vision. Ich glaube nur, dass es sozusagen für die Arbeit in der breiten Gesellschaft nicht stimmt, dass es darauf ankommt, weil die Rechte nicht die große Vision hat. Was die Rechte schafft, ist zu kanalisieren die Wut und die Enttäuschung der Menschen über die Verhältnisse. Mit ohne Vision. Ich sage nicht, dass wir das genauso tun müssen, aber die haben nur Bruchstücke. Und tatsächlich sind die großen Visionen oft sehr, sehr weit weg für ganz viele Leute. Also gerade Dinge, die sozusagen auf EU-Ebene sind, das ist unglaublich weit weg von der Lebensrealität. Das ist nicht sehr klar erkennbar, was das sozusagen mit mir zu tun hat. Und selbst dann sowas wie Roaming, das ist ja immer dann der Versuch, irgendwas zu machen, was für die Menschen nahe ist, das bringt es dann irgendwie auch nicht. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass sozusagen die Visionen Ebenen runter müssen. Da treffen wir uns dann wahrscheinlich sozusagen auch, wieder kann ich mir vorstellen in der Einschätzung, dort, wo sie unmittelbar mit dem Alltagsleben was zu tun haben. Und dass man dann von da aus rauf gehen kann. Aber sozusagen nicht von oben runter. Und meine Erfahrung ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten in großen Bündnissen von progressiven Parteien und Gewerkschaften und sozialen Bewegungen und NGOs sehr genau erarbeitet haben, was wir eigentlich wollen würden für die Europäische Union. Wir könnten sozusagen die Listen vorlegen und könnten genau sagen, was in welchem Politikfeld passieren wird. Es hat uns nur überhaupt nichts genützt. Wir haben uns nicht auf die Vision, sondern wahrscheinlich auf die Details konzentriert. Ich wahrscheinlich sozusagen selber auch. Aber das hat uns nichts genützt. Und genau, für mich ist sozusagen die Frage einfach, was heißt das? Was lernen wir daraus? Und da habe ich die Antwort noch nicht. Ein Beispiel aus der Geschichte. Das Rote Wien. Das Rote Wien hatte eine relativ klare Vision. Die Vision war einfach, heute würde man sagen, gutes Leben für alle, würde man heute modern sagen. Die Vision haben sie aber, ich weiß schon, diese Steuern, die wir eingeführt haben, die können wir heute nicht mehr einführen. Das ist von dem Ure Kertabotum. Aber trotzdem haben sie unmittelbar eine riesige Vision verbunden. Und wir haben versucht, relativ erfolgreich, spürt man bis heute, diese Vision direkt umzusetzen. Das ist ihnen damals irgendwie gelungen. Aber die Vision war riesig. Das war internationale Solidarität und alles Mögliche. Aber sie haben das geschafft, das in das gute Leben für alle tatsächlich auch umzusetzen. Eigentlich unbeschädigter Geschehen. Und diese große Vision, also diese große Vision zu verbinden mit dem, was die Leute, die damals die Sozialdemokratie gewählt haben, nämlich die ganz normalen Hacker, die in die Beißen gewesen sind oder auch nicht oder gehungert haben, die kann man mit einer großen Vision vielleicht nicht erreichen, aber die braucht es, um es so zu kanalisieren, wie die das damals gemacht haben. Man wird andere Mittel brauchen und alles muss ja zu anders sein, aber diesen Ziel. Es geht nicht nur die große oder nur die kleine Vision, nur das gerne, nur die Nähe, sondern es geht darum, dass man hier einen Zusammenhalt schafft zwischen dem großen und dem kleinen und das transportieren kann. Und da sehe ich nicht, dass man hier die Chance hat, dass das mitgehen kann. Das ist ja nicht so. Vielen Dank, das kann ich nur voll unterstreichen. Vielen Dank.